Ich freue mich, dass ihr heute noch wieder hier gemacht habt, denn irgendwann irgendwo zählen wir uns alle mal wieder. Und das sagt euch der schönste Sänger Deutschlands, Achim Hänsel. Du bist. Du bist. Okay, er ist. Du bist. Du bist. Du bist. Du bist. Du bist. Du bist. Okay, ich bin es. So hier? Ich bin es. Bist du so? Ich bin es. Ich bin jetzt in Ljubin, auf der Weg zu der Train Station. Ich bin hier ein Park, das ist ein Memorial für die Russen. Ich betcha, dass du nie gesehen hast, einen Germanen Platen auf einer Karte wie dieses Mal gesehen hast. Hier ist, was es auf dem Monument steht. Don't ask me what it means. Obviously, it's the years that we refer to the Second World War.